Zwei tags Ich kann mal spitzhacken Ah willst du eben meinen gehen? Ja, ich geh Stein hol Okay dann... STEIN! Holz, Holz, Stein, Holz, Holz, Stein So die beiden Bäume hier verschwinden komplett vor unserem Haus, damit wir eine freie Fläche haben zum Bauen Fuck, dafür brauchte ich noch ein paar Gras, Kacke Gras müssten wir noch haben Jaja, haben wir auch noch Ja, dafür geh ich auch noch wieder Kacke sammeln Okay, okay Bauen wir mal noch drei Fackeln dazu Oh, die kann man immer gut gebrochen Ich hab in den Rucksack damit So Unser Feld hier weiter befreien noch Dann werd ich mit Spitzhacken bauen Wenn du das sammelst, dann sammle ich das Ja Vier Sollten wir eigentlich gut vorankommen Ja Ich hoffe nicht, dass schon wieder so ein scheiß lebender Baum kommt Oh, der ist hinten mit eingeschlagen Ähm, das tu ich dann mal wieder da rein Bam, 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 bam Den brauche ich dann nicht mit Und die fetten Spinnenmuttern will ich eindeutig mal besiegen wollen Ja Die hatte ich aber auch noch nicht mal gehabt Da rein? Nie gehabt Wie viele wir da drin haben Ja, die müssen wir zu zweit machen Oder gut ausgerüstet alleine Ja Living Amulett Irgendwie schon, ne Statt meinem Buschhelm muss ich auf jeden Fall einen richtigen Helm haben Ja Eigentlich brauche ich keine Axt mitnehmen Das braucht mal 200 Holz Ja, das netzt nehm ich mal trotzdem mit Na ja auch Stimmt ja Bisschen essen Ja Wenn ich die gleich hier abgeändert hab, geh ich paar Soll ich da ein paar Dinger jagen Oder soll ich Essen besorgen, ne Perfekt Huch so Nimm ich mal 6 Monsterfleisch mit, das reicht Nimm alles mit Kann ich eh nicht essen Sechs reicht bei mir Okay, ja nimm nur 6 mit Der Hasenfall ist wieder kaputt gegangen Ja, ich geh gleich alles sammeln Ich geh gleich alles auffrischen Ich fang mit hier oben alles an einzusammeln Und dann Guck ich dann wieder, dass wir ein paar Fallen in Reserve haben Ja Ich glaub ich tue auch eine Kiste, wo halt ein paar Fallen drin sind oder so Kannst ja machen So, ich geh dann da hoch Jo Bis später Jo, bis später Und da gingen sie ihr getrennten Wege Sperezeit Backnetz Nee, das bringt eh nix, wenn ich das jetzt einsammel Lovely Meat Okay Da brauch ich auch nur Platz Ah Das Essen, das kann ich eigentlich auch rausnehmen Bam So So Jetzt sammeln wir noch schnell die Karotten ein hier Aber hat sich auf jeden Fall was genug getan Das einzige was ich auf jeden Fall noch ernten werde unterwegs sind Blumen Na gut, die brauchst du aber auch Blumen Haben wir noch irgendwas zu essen was ich mitnehmen kann zur Note Um erstens um mein Gehirn hoch zu heilen und zweitens um die zu essen für mein Leben Ja Butter Das bringt nur eins aber wenn du ganz viel davon findest Ist das schon machbar Hm Na ich nehm noch so ein Beef Jerky mit Und den Rest lass ich dein Inventar leer Jetzt brenne ich an dem Stein vorbei und naja Hier haben wir keine Asche drin, wo ist denn die scheiß Asche? Da ist sie Da ist es immer drin Zack Ja Ja dann gehen wir mal auf die Suche Sammeln wir mal alles ein hier Ah die Sticks brauchen wir nicht, wir haben auch oben das Stickfeld heu gebrochen Von den scheiß Graszeug noch So hier ist Schrieddorf Äh Ja nicht ausgraben ne 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 Nicht so normal wie beim letzten mal Hehehe Ah Mal gucken ob ihr vielleicht so ne kleine Biene rumschiedt die gleich einsammeln könnte Killer Bean, Killer Bean, Killer Bean Ah Hat er wieder da Hast du wieder eingesammelt? Ich hab ne Biene gefangen Aha Ja die hauen auch eh schon wieder ab, also was solls Monsterfleisch vergammelt schon so langsam bei mir Egal fress einfach Oh es wird dunkel Hast du ne Fackeln mitgenommen oder Fackeln gemacht? Nein weißt du Guter Junge Hast du hässlich gemacht Hehehehe Das hast du hässlich gemacht Ist auch ein Schmetterling Ne Naja Man müsste eigentlich so ein Blumenfeld machen können Naja Hab ich doch schon gesagt Irgendwann müssten gleich wieder die Hunde kommen Irgendwann gleich Ja Drei Tage noch Locker Ja Das war fröhlich einsammeln gehen Mach das Und den Ne Abigail Was machen wir schönes feines Ja Nehmt er automatisch raus Muss natürlich eine gebaute im Inventar schon haben Ja Den Moment Gut wenn du das jetzt einsammelst dann haben wir das eigentlich alles Okay Wenn ich die anderen Blumen esse dann geht mein Gehirn runter Ja die anderen Blumen darfst du auch nicht essen diese evil Dinger da Hat es aber nur probiert Ja siehste aber auch Müsst du eigentlich bei dir unten anzeigen was was bringt oder nicht Nö Da spackt er doch bei mir irgendwie rum Okay Ah jetzt hat er das bei mir Das geht nur Achso 150 rum Steht denn hier um 10 he Hm Anzeige spinnt bei mir irgendwie ein bisschen rum Nicht den Einen Keschern Komisch Na das ist natürlich kacke Das ist auch kacke Das ist auch kacke Das ist auch kacke Das ist auch kacke Blumen Ich auch sammeln Tschüss Blumen 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 Oh Bean Keschan Bean Keschan Oh Killer Bean Tschüss Oh Abigail ne du bist so ne kleine Kleine Jagdfotze Abigail muss auch alles attackieren ne was Was wirklich böse ist Mhm Gut dann mach ich schnell das Bienennest kaputt Ich hab grad die Biene getötet Ja und ich hab ein ganzes Bienennest zerstört einfach Weil bevor ich wieder zurück bin ist die Biene schon voll Verreckt Deswegen Ah ich hab jetzt auch zwei Bienen Abigail töten doch einfach Aber wenn der Mucken hier macht der Junge ne Mucken oder Spucken Alter halt doch dein Maul du Nein Kannst du halt auch ne Speer nehmen Stein 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 Alter Das Schöne ist dann brauch ich nur Sticks suchen und dann kann ich mir gleich wieder neue Spitzsacken machen wenn meine kaputt sind So zwei Bienen was brauchen wir denn für so ein Ding Ich glaub wir brauchen noch Honig dafür Äh ne wir brauchen vier Bienen Ach ne Bienenbox wollen wir machen ne Ja Wo ist die denn nochmal drunter Strukturen Schau ist schon wieder meine zweite Einstück kaputt gegangen ne Oh mein Gott Der Spitzsackel Da oben ist noch ne Biene Lächerlich schnell gehen die denn kaputt So Killerbienen kommen Abigail attackt und ich mach mal das Bienennest kaputt Na ja und den Honig brauchen wir meine ich auch dafür Ja Hab ich ja jetzt schon Honig haben wir so oder so schon und Dann kannst du gleich ein paar mehr brauchen So Danke Abigail Na dann kriegen wir ja genug Honig deswegen Alter ich brauch was zu essen gleich Aber nicht Ich muss hier glaub ich ein kleines Feuer bauen hier Oh da fehlt Ich hab neue Spitzsackel gebaut Da fehlt mir etwas Holz Wolltest du die Sticks aufsammeln du Arschloch Eins zwei Äh wo ist ja mein Fischernitz da Da haben wir Nicht Einsammeln Abigail Angriff Das ist aber auch gemein Abigail tu es Tu es tu es tu es Aber doch nicht mich Alter was ist mit dir denn los Ich bin versagt dabei Abigail Wenn du stirbst ne Gibt es keinen Nachtisch für dich Ich bin Ich hab schon wieder 8 Gold Warum fang ich die nicht einfach alle ein Ahahaha Ich hab jetzt einfach alle Killer Bean eingefangen Okay Was bringen die Killer Bean eigentlich Weiß ich nicht Boah Ich glaub die bringen nur Stacheln oder so soll ich die mal töten Stacheln bringen die generell wenn du die tötest Die bringen nur Stacheln Auch die normalen Bean So Abigail Aua Abigail Töte mal bitte die ganzen Killer Bean die sind böse Ich muss für eben das nächste Honignest hier zerstören Das nächste Honignest zerstört Aha Böse Bean Aua Ähm ja Sticks noch ein paar mehr Ah ne wenn die auch gekillt werden kann auch manchmal Honig rauskommen Ja das ja aber nicht wenn du Wieso killst Mhm Zehn Bean hab ich Nicht die gelben Bean Die gelben Bean möchte ich fangen Abigail Komm die anderen fang Genau töte du die Wo ist mein Speer wo ist mein Speer da Ähm Abigail nächste Honigkorb Danke Achja Ich hab jetzt elf Bean Ja Ah Zack Jetzt muss ich mir ne kleine Feuerstelle machen Feuer 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 Lösch bitte nicht im Feuer Weil ich grad keinen Weil ich null Hunger habe Aha J Und das zieht richtig viel Leben ab Mhm Du bekommst immer nur 1,1,1 aber auf einmal schlag so 10 Ja Total fiese Total fiese Oh das ist noch ne Biene die ich fangen kann Jaaaa So dann machen wir uns noch mal wieder verspitzter kurz Fress den ganzen Scheiß So fangen wir nochmal die Biene hier Komm her So Fangen wir nochmal die Biene hier Komm her So Ja Ja Und wenn du so ein Schweinehaus zerstörst kriegst du also diese Würzel davon also die Schweinebürsten Und dann kann man die bei uns oben auch hinstellen Die helfen uns ja auch Ja ja klar Sollte man auch generieren Der Trutern gegen das Ding Wo ist mein Speer wo ist Alter wo ist mein Speer Da Gegen welches Ding Gegen den Trutern Aua Abigael greift den an Greift den Fischmenschen an Mhm Greift den Schweinebärfischmännern Alter hau dann ja du Feigling weißt du der schlägt Feinebär mann Der schlägt dich Oder schlägt Abigael und dann haut die Sau wieder ab Oh Ich kann nix attacken alter Ja Ah Jetzt hab ichs Jetzt kommen noch zwei Trutern Schenkel mein Inventar ist voll Ich wollte das mitnehmen aber egal Na ich hätt doch das Holz vergriffen können Ne Und Flash macht mal kurz nen Cut